Was haben wir heute? Heute haben wir den 2. Juni. 2013. Und so sieht es ja alles. Es regnet und regnet und regnet. Klasse Regenwetter, he? Hier ist eigentlich schon zu Weg. Ja, da stehe ich. Guck mal, da ist es weggeschwimmen. Siehst du das? Abgegangen. Eieieiei. Unser großer Haifisch kommt. Ja, ich kann nicht weitergehen. Komm her. Das reicht! Das reicht! Oh, jetzt haben wir verloren! Oh, da wollte ich jetzt einsteigen! Da läuft es voll über die Straße! . 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017